Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute wieder Horse Reality, das Browser-Game. Leute, ihr wisst bescheid, als erstes gehen wir in die Riding School. Wir haben 67 Klicks. Let's go! Wir haben endlich, Leute, endlich, endlich, endlich nachgefühlt, weiß ich nicht wie lange, ein Fohlen bekommen. Unsere kleine Blondie hat endlich ein Fohlen bekommen und es ist mega, mega zuckersüß. Es ist ein kleiner Hengst, was sehr schade ist. Ihr wisst bescheid, ich hatte immer gehofft, also beziehungsweise ich hoffe fast immer, dass ich eine Stute bekomme, aber er ist mega, mega putzig. Wir werden ihn als allererstes mal trainieren. Äh, nicht trainieren. Was? Wir werden ihn trainieren? Alles klar, Leute. Wir werden ihn erstmal testen. Ich meine, letztendlich muss man ganz klar sagen, die Haflinge, haben die irgendwas Besonderes? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da ist so das GP ausschlaggebend und einfach die Werte. Und er hat zweimal Very Good. Yay! Das ist doch nicht schlecht. Oder was haben denn die Eltern gehabt? Die Blondie, die hat, hat die mehr? Die hat drei Very Goods. Oh ja, gut. Ähm, und er hat... Okay, Leute, ich nehme alles zurück. Warum habe ich so ein schlechtes Fohlen bekommen? Hallo? Ich habe mit einem Hengst gedeckt, der 357 erste Plätze hat und mein Fohlen hat einfach mal zwei Very Good, während die Eltern irgendwie 100 haben. Was geht denn ab bei mir? So, jetzt, Leute, Inventory, Halfter und ich habe natürlich mal wieder mehreren Pferden, Pferden vor allen Dingen, kein Halfter gegeben. Das holen wir jetzt sofort nach. Ich vergesse das immer, Leute. Ich vergesse das immer. So, jetzt und dann muss ich mal gucken. Ich habe mich noch gerade versorgt. Oder wir machen jetzt trotzdem Care for All Horses. Da sind wir dann da safe. Und jetzt gehen wir in die Haflinger Show und machen mal hier beide Reihen. Und er hat eine 80. Ja, okay. Das ist, ähm, schade, hätte ich gesagt. Das ist eine Enttäuschung. Aber gut. Ähm, die Frage ist jetzt, Leute, wollen wir die Blondie jetzt nochmal decken? Oder sagen wir, das war jetzt ein guter Start, der nicht geklappt hat? Und wir lassen das jetzt? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was wir machen sollen. Er braucht natürlich noch einen Namen, der kleine Bub. Wir nennen ihn Bad Luck. Weil, Leute, ist Bad Luck, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, er hat ein GP von, ähm, 6, äh, von 581 gehabt. Hat er wenigstens ein höheres GP wie seine Eltern? Steht bei Blondie dabei, ne? 558. Und er hat 635. Ja, okay. Ich meine, die Blondie ist halt vom GB, 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 GB. Was habe ich denn heute für Probleme? Oh mein Gott, Leute. Es ist auch übrigens nicht mehr so früh oder so. Es ist 11.31 Uhr. Also, da sollte man eigentlich schon sich artikulieren können, Leute. Aber ganz offensichtlich habe ich es mal wieder nicht im Griff. Ihr wisst Bescheid. Okay, Leute, es ist eine absolute Enttäuschung. Schreibt mir in die Kommentare, ist Blondie einfach zu schlecht? Was sollen wir machen? Aber die Blondie, die ist gar nicht so schlecht. Naja, okay. Sie ist auch nicht besonders gut, ne? Schreibt mir in die Kommentare, was sollen wir machen? Ich meine, wenn es wenigstens jetzt eine Stute gewesen wäre, der kleine Bad Luck, dann hätten wir irgendwie, ne, weitermachen können. Ich bin jetzt ein bisschen lost. Ihr wisst Bescheid, Leute. Das zweite Fohlen, das wir bekommen haben, ist auch ein Hengst. Rest in Peace. Nein, das ist ganz süß, oder? Was sagt ihr? Was sagt ihr zu unserem neuen Fohlen? Und Leute, ich hatte das letzte Mal gedacht, dass das Fohlen, das wir bekommen haben, jetzt im Moment, dass das Fohlen, das wir bekommen hatten, ach, das ist mittlerweile abgesetzt, glaube ich, dass das das Fohlen war, das ich meinte. Das war aber gar nicht das Fohlen, das ich meinte, sondern das war, glaube ich, nicht von mir gezüchtet, sondern ich hatte die Luna trächtig gekauft. Das Fohlen, auf das ich gewartet hatte, ist tatsächlich das Fohlen, das wir hier haben, von der Rabicano-Stute. Denn da sind beide Eltern Rabicano, sowohl die Stute als auch der Hengst sind Rabicano. Und das war das Fohlen, auf das ich gewartet habe. Also irgendwie voll krasser Metafail, Leute. Ich habe es ein bisschen nicht im Griff gehabt. Aber ihr müsst es mir nachsehen, ich spiele so unglaublich viele Spiele, da vergisst man oder verwechselt man schon das ein oder andere. So, was ist er? Er ist ein Splashed-White-Trigger, sieht man ganz offensichtlich. Er ist Silber, sieht man auch ganz offensichtlich. Und ansonsten ist er einfach ein Bay. Ja, ne, sieht man irgendwie auch offensichtlich, Leute. Okay. Ihr wisst wahrscheinlich. Er ist aber auf jeden Fall hundertprozentig ein Rabicano. Was mich ein bisschen sehr freut, Leute, ist, dass er nicht das Grayen-Gen von der Mama hat. Ihr wisst, Grayen ist nice. Aber Grayen macht natürlich auch viele Sachen kaputt, weil man halt die Markings teilweise einfach nicht mehr so gut sieht. Und jetzt wird es spannend mit dem Namen, weil die Mama heißt Rabicano und der Papa heißt zumindest Senpai. Wie nennen wir denn den kleinen Buben? Ich hätte gesagt, wir nennen ihn Diabolo, Diabolo, weil im Stammbaum war einer, der hieß Diabo, ja, Diabolo ist irgendwie ein bisschen cool, Leute. Oder was hatte er denn? Er hatte zwei große, ne, ich weiß es nicht mehr. Also, so, Splashed White, Rabicano und ein GP von 611 bin ich mir relativ sicher, wobei ich, Leute, das Rabicano jetzt vorne ranschreibe, weil das ja ein bisschen wichtiger ist als alles andere, hätte ich gesagt. Er hat ein Very Good und dadurch, dass wir ihm ja gerade ein Halfter gegeben haben, melden wir ihn jetzt auch nochmal schnell in eine Show an. Und, ey, cool, Leute, seht ihr das? Man sieht jetzt, wer Tag drauf hat und wer nicht. Ist natürlich für die Turniere mega nice. Da ist er, der kleine Bub. Mega nice. Richtig cooles Update, oha. Okay, Leute. Wir haben einfach zwei Jungs bekommen, die einfach nicht so nice sind. Ist aber nicht so tragisch, Leute. Man kann definitiv nicht immer Glück haben und ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit echt viel Glück, oder? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr das nächste Mal sehen wollt, beziehungsweise wen wir decken sollen oder ob wir eine neue Rasse noch hinzunehmen sollen oder was wir machen sollen. Ich bin gerade so ein bisschen lost, weil ich nicht genau weiß, was ich möchte. Wir haben ja jetzt einige Rabicanos schon. Das heißt, da haben wir das auch geschafft. Sollen wir mal auf GP züchten oder... Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, wo ich hin möchte, denn ich warte ja immer noch. Auf das Paint Horse, denn, ne, ihr wisst Bescheid, ich möchte eigentlich Paint Horses züchten. Die gibt es aber im Moment noch nicht im Spiel und es kommen erst zum Moment das Brumbi, das Finn Horse und der Lusitano, glaube ich. Die kommen, glaube ich, alle vorm Quarter, sage ich, vorm Paint Horse. Das heißt, es dauert noch ein bisschen und wir haben jetzt noch ein bisschen vor uns, bis wir dann tatsächlich uns den Paint Horses widmen können. Mein Problem ist tatsächlich, ich habe nur sechs Boxen frei im Moment und Leute, eigentlich muss ich viel weiter runter von meiner Kapazität, weil sollte irgendwann das Paint kommen, brauche ich mindestens 100 Plätze, hätte ich gesagt. Und ich möchte ja auch die neuen Rassen, die jetzt dann ins Spiel kommen, haben. Ich glaube, das nächste Pferd oder einer der nächsten Pferde wird das Brumbi sein. Dazu hat Horse Reality etwas auf ihrem Instagram gepostet. One day ago, steht hier. Also vor genau einem Tag und ich glaube, dass Julelin Art nicht mehr oder nicht mehr ausschließlich für Horse Reality arbeitet, denn sie haben gesagt, dass ein neuer Artist, ein neuer Grafikdesigner das Brumbi überarbeitet hat. Und so sieht das Brumbi jetzt aus. Das war der Sketch und hier sehen wir die verschiedenen Farben, Leute. Ähm, mega, mega nice, Leute. Zieht euch mal den Perlino, den Palomino und den Smoky Black rein. Wunderschöne Farben. Das sieht abartig toll aus, Leute. Oder was sagt ihr, welche Farbe gefällt euch am besten? Ich freue mich mega, Leute, wenn der Australian Wildlife Park rauskommt. Dann verspreche ich euch, machen wir einen Livestream. Ich hoffe, ich muss an dem Tag nicht ausgerechnet arbeiten, Leute. Aber dann machen wir einen Livestream, dann fliege ich nach Australien. Ich habe, glaube ich, noch, jetzt, Moment, ich gucke nach. Ich glaube, ich habe noch ein VIP-Ticket. Äh, Moment, nie, Inventory. Ja, ich habe noch ein VIP-Ticket. Drei habe ich sogar noch. Ein First Class Ticket, wenn man das kauft, Leute, dann spart man sich die Abklingzeit. Jetzt, Moment, wo gibt es das? Ach, genau, im DP-Store, glaube ich, gibt es das. Moment, 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 unter Services. Hier sind wir. Ja, wenn du ein First Class Ticket bekommst, kannst du es, um es schneller zu gehen zwischen Kontineln. When you select your ticket upon traveling, your cooldown time will be halved. Okay, halved. Also, wir müssen dann die Hälfte der Zeit warten. Das ist ein bisschen schade, Leute. Das heißt, ich, vielleicht muss ich das irgendwie davor oder so. Ich dachte, dass wir da sofort hinfliegen können. Ich habe mich irgendwie, keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Ich hatte gedacht, mit einem VIP-Ticket kommt man irgendwie sofort an. Aber es macht natürlich Sinn, dass man trotzdem noch eine Zeit hat. Aber, Leute, wir machen es dann auf jeden Fall. Wir holen uns dann kleine, süße Brumbis. Ihr seht, ich habe 72 Wildlife-Tickets. Das heißt, wir können einige hier durchrödeln. Und dafür brauche ich natürlich dann auch Platz. Äh, Leute. Ich brauche dann Platz zu Hause, dass wir dann die Brumbis holen können. Alle in Australien haben natürlich Glück. Die können das jederzeit machen. Wir auf anderen Kontinenten müssen da erst hinfliegen. Als letztes besuchen wir natürlich noch einen von euch. Und das ist diesmal LauraStern08. Servus. Hi, Prom Arrow. Und nochmal vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Ihr wisst, Mitglieder am Kanal, also die neu am Kanal kommen oder so. Wenn ich weiß, wie ihr in Horst-Falty heißt, hier habe ich es jetzt zufällig rausgefunden, dann besuche ich euch natürlich auch in einer Folge. Denn, falls ihr es nicht wisst, Mitglieder unterstützen mich finanziell pro Monat. Und, ähm, ich möchte mich natürlich dafür bedanken, dass jemand bereit ist, ähm, monatlich den Mitgliedsbetrag zu bezahlen. Ihr habt natürlich Vorteile eben, dass ich euch im Spiel zum Beispiel auch was schenke. Jeden Monat, wenn ich den Hintergrund verschenke, ihr Horst-Falty spielt und ein Mitglied seid, dann schreibt mir in die Kommentare. Denn ihr bekommt natürlich einen Hintergrund außerhalb der Verlosung. Und ich besuche euch. Und, ähm, ne, ihr habt, ähm, einfach auch andere Vorteile, dass ihr so ein kleines, ähm, so ein kleines Pferd, den kleinen Missouri neben eurem Namen habt. Und, äh, im Livestream werdet ihr dann auch grün angezeigt. Und Promero, LauraStern08 hier auf Horst-Falty, ist eben Mitglied geworden. Vielen herzlichen Dank dafür. Und deswegen besuchen wir sie heute. Sie schreibt, Ja, ich bin mega... Oh, das ist voll süß. Sie hat erst fünf Pferde. Du bekommst jetzt gleich, nachdem ich die Aufnahme beende, ein sechstes Pferd von mir mit dem neuen Hintergrund. Ich hoffe, du freust dich. Ich, ähm, hab zwar kein Kladruber, aber ich, ich, ich guck mal, was ich dir schenken kann. Sie hat Friesen, Mustang und drei Kladruber. Dann gucken wir doch gleich mal die Amazing Grace an. Sie ist mega süß. Du musst auf jeden Fall dich mal mit der Blackie kurz schließen, denn die züchtet, glaube ich, Kladruber schon mega lange. Die hat bestimmt das ein oder andere Pferd für dich. Mega, mega süß. Es ist voll, es ist voll cool. Ich find's mega cool, ähm, dass immer noch neue Spieler dazukommen. Dann hat sie einen Friesen. Sie hat einen Friesen, und zwar einen richtig hübschen Friesen mit nur zweimal Average. Ähm, Laura Stern, also beziehungsweise Laura, du müsstest ihn einfach mal als Deckhengst angeben, denn der hat, okay, er hat kein gutes GP, aber er hat nicht so schlechte Werte. Wenn du den irgendwie für tausend reinstellst, ich schätze mal, da wird bestimmt der ein oder andere mit ihm decken, weil, ähm, Fuchsfriesen sind eigentlich immer gerne gesehen. Und er hat, wie gesagt, nur zweimal Average. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare, beziehungsweise schreibt doch mal der Laura in die Kommentare, was kann sie für ihn Friesen, ähm, verlangen. Weil, ne, also, ich denke, da könntest du den ein oder anderen Tausender machen. Leider ist der im Moment nicht zum Decken, weil sonst hätte ich tatsächlich gleich mal mit ihm gedeckt. Aber du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, falls er irgendwann dann deckt. So, ich habe jetzt die kleine Maus, die Linea, der Laura in die privaten Verkäufe gestellt. Wenn ihr auch einen der Hintergründe, also einen dieser neuen Hintergründe haben wollt, dann schaut in das Video vor diesem rein. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es euch jetzt hier im i, denn da verlose ich fünf Hintergründe. Wie gesagt, ausgeschlossen sind die Mitglieder, denn die bekommen außerhalb dieser Verlosung einen Hintergrund. Dann schreibt es mir gerne hier auch nochmal in diesem Video in die Kommentare, falls ich es im anderen Video nicht gesehen haben sollte. Und wie gesagt, schaut in das andere Video, schreibt rein euren Horschwelle die Namen und warum ausgerechnet ihr den Hintergrund gewinnen sollt. und nächste Woche werde ich das Ganze dann auslosen und ich wünsche euch allen viel Glück und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus! Servus! Servus!